Das sind so rote Kreise mit blauer Masse drinnen. Da muss die durch, verliert jedes Mal ein paar Stapel. Und der Schießmann schießt jedes Mal, warum bin ich nicht drin? Ich will auch rein! Der Schießmann! Schießt jedes Mal ein anderes, ne? Einmal so ein, einmal so ein Kreis. Der schießt immer abwechselnd, genau. Und der muss was? Durch die roten Kreise mit blauem Inhalt? Ich sag einfach, durch die blauen Kreise muss er durch. Das ist durch das nächste Feld, was jetzt kommt, da muss er durch. Oh, steht gut. Ah, weiß sie. Und die auch direkt angreifen, jetzt schon. Was verliert die nochmal für ein Buff? Schild des Kapitän. Ja, da hat die normalerweise 10 Tabel drauf. Bei 25%, ich erklär mal weiter, verschwindet die. Und dann wird hier alles komplett bombardiert. Dann heißt es, ausweichen, ausweichen und noch mehr ausweichen. Aber zum Thema Buffhood. Buffhood ist Level 10. Genau, nicht, dass ich das vergessen hätte. Eben für die 5 Minuten, die wir jetzt hier brauchen. Ah, Futter. Wer ist denn, äh, wer ist denn der Bob da? Der Bob, der interessiert uns nicht. Okay. Der interessiert uns nicht. Warum ist der dann bei uns in der Gruppe? Ach, der, das ist derjenige, das ist der letzte, der von den Randoms übrig geblieb ist. Ah, okay. Warum sind die alle off? Lief es nicht gut, oder? Es lief überhaupt nicht. Naja, muss man auch mal durchhalten, ne? Das eine war vor uns gerade ein Mage. Der nächste ist, glaube ich, wieder ein blauer, oder? Also, es lief nicht und dann sind sie alle genervt off, oder was? Also, der erste hatte vor uns Disconnect gehabt, beziehungsweise hat er gemeint, nö, ich muss jetzt off. Das war im Lamm- und Frostfraktal. Also, gefüllt sind nur die blauen. Die roten sind bei mir nicht gefüllt. Ach, klug Scheiße. Entweder. Warum macht ihr das denn auf Randoms? Weil ihr es nicht abwarten könnt, ne? Ich wollte einfach mal, zack, schnelle Runde, zehn. Zack. Das war's nicht abwarten. Ja, sicher. Was denn? Teleportier dich nochmal da raus, du. Blöde. Aber ab vier Schilden können wir schon Schaden machen. So. Dash. Ja, genau. Und nachdem der eine dann weg musste, sind die anderen beiden, die waren auch aus einer Gilde, meinten dann off zu gehen. Was ich der Meinung, der off ist, der kommt nicht wieder. Irgendjemand stützte mich bei meinem Vorhaben, die Leute kicken zu wollen aus der Gruppe. Der Mensch braucht sehr hilfreich. Und die kamen dann aber wieder, oder was? Irgendwie diese oder so. Dann ist das auch für Daddy-Disconect. Oder so. Ich will das auch für dich. Ich will das auch für dich. Was. Oh, ne Kampfstandarte. Guck mal, ob ich die noch kriege. was wir machen dann die zwei drücken jetzt war gut gesetzt wenn du dich angreift du kriegst massenweise starbe blutung drauf ich sehe ein Stück zurück wir sollten vielleicht noch Möglichkeit alle auf einem Fleck bleiben oder? das sind die Kreise und die Troller Möglichkeit alle direkt neben mir stehen eigentlich sogar sie hat aber diesmal nichts verloren die stand aber kurz drin ja die stand drin nix zum Nagel nix zum nix zum Halt deine scheiß Kanonen Scheiße, wie soll ich denn jetzt hier irgendwo hinkommen? Ich glaube der schießt die immer auf Arne und Arne ist immer bei mir. Ja. Klingt nach nem guten Plan. Ja. 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 zum kevin zum kevin Die White Bunch